In den letzten Jahren ist das Skilang bei mir natürlich viel intensiver geworden. Man entdeckt einfach sehr viele neue Facetten vom Winter und vor allem von den Bergen. Das meiste Training mache ich eigentlich hier in der Ramsau. Das Skirollertraining ist ein sehr wichtiger Bestandteil vom ganzen Sommertraining. Kurze Roller mit Rädern. Man kann da einfach das Tourentraining oder die Tourentechnik sehr gut imitieren. Wenn man längere Zeit keinen Wettkampf macht, dann kommt das Interesse und dann kribbelt es einfach schon wieder. Man will sich einfach wieder schnell bewegen und man will sich mit anderen messen. Nach der Saison ist man dann doch wieder froh, wenn man eine gewisse Zeit wirklich normalen Sport ohne Stress und ohne Wettkampf machen kann. Familie gibt einfach Rückhalt. Man hat Personen, die für einen da sind und für die man selber auch da sein kann, mit denen man sich zurückziehen kann. Die helfen in guten menschlichen Zeiten. Ich schaue einmal, dass ich das machen kann, was mir momentan Spaß macht. Das ist Sport auf der einen Seite, das ist der Entwicklungsbereich bei Fischer auf der anderen Seite. Und solange ich gesund bin und das noch halbwegs erfolgreich machen kann, möchte ich das auch so langsgebend machen. bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.